Zum Trinken haben wir einen Bratapfel, einen Glühwein, Bier, Alkoholfreies, ja, alles da. Nebenbei hätten wir Crabs sensationell von unseren Damen gemacht, da kann man einfach nicht widerstehen, also da muss man unbedingt hin. Leberkäs, Pferdleberkäs, scharfe Leberkäs, ein Käsleberkäs und ein normaler Leberkäs, und das im Semmel, ganz fein serviert für unsere lieben Gäste. Ja, gerade in der richtigen Stimmung, mit vielen Leuten, vielen Gratulaten, alle wünschen mir viel Glück und ein langes Leben. Bis zum nächsten Mal.